Lüttel, Lüttel, Lüttel Das war die Wienste. Das ist die Runde. Das ist die Runde. Und jetzt auf die Bahn guckst. Und wenn die Maschine sieht aus, das ist zu der Seite. Ja, genau. Da musst du dann so quer zur Landebahn. Das ist die Runde. Bravo! So siehst du, jetzt kommen die Kleen hoch. Ah ja. Und das sind jetzt die Bremsen. Das sind die. Die haben wir noch nie gesehen. Die hat ihn eigentlich sehr in Gründen gewirtschaftet, sagen wir, dass sie sehen, sind noch immer weniger Destinationen. Natürlich, aber ist er der Treffsland ja zu rechtlich. Und das ist eigentlich der Treffsland. Der Treffsland ist doch und der ist ein Heimtief zusammen, oder? Äh, nicht. Ähm, nur bedingt, der ehemalige Dresdner Chef hier, der ist nach Nürnberg abgehauen. Das war eine Freude, oder? Ja. Ja, also.